Logbuch-Eintrag. Auf meiner Mission, die Demokratie zu erforschen, frage ich heute verschiedene Ulmerinnen und Ulmer. Für mich persönlich hat sich geändert, dass mir noch mal bewusster geworden ist, dass Solidarität tatsächlich auch ein Grundbaustein der Demokratie ist und dass mir das extrem wichtig ist, dafür einzustehen. Wenn ich glaube, dass es nicht darum geht, in der Demokratie das Überleben der Stärkeren zu sichern, sondern eben tatsächlich den Schutz von Schwächeren zu gewährleisten.